herzlich willkommen liebe zuschauer zum dax check heute am donnerstag ja die laune bei den anlegern ist super gestern nach dem zinsentscheid der us-notenbank ging richtig die post ab vor allem die tech werte haben massiv zugelegt nachdem ja us-notenbankchef jerome paul gesprochen hatte er hat die zinsen um 50 basispunkte wie erwartet erhöht und auch zwei weitere anhebungen und wie weiß 50 basispunkte in aussicht gestellt und ja mit den fakten mit den bekannten fakten haben die anleger wieder zugegriffen und eben den dau und die technologie börsen in den orbit geschossen kann man fast so sagen 3,4 prozent der nasdaq 100 gestern im plus hier sehen wir den dax mit dem stand von gestern auch das können wir mittlerweile getrost vergessen wir sehen hier nochmal diesen abwärtstrend eben seit beginn des jahres den wir werden wir heute brechen auch die 50 tage linie und auch das hoch von ende april bei 14 187 wir dürften im bereich 14 2 80 14 3 eröffnen und damit sind wir doch schon plus 320 zähler und damit ein neues starkes kaufsignal generieren jetzt muss man die nächsten minuten mal abwarten wie nachhaltig das ist sollte man merken ja die anleger die ja schwenken vielleicht zu langsam um lassen sich von dem ganzen ölpreis thema wir haben es gesehen aufgrund eines bevorstehenden ölembargos gegen russland ist der ölpreis weiter gestiegen sind wieder bei 110 111 dollar pro barrel und das ja sollte man nicht außer acht lassen ja also vor bei aller euphorie also hier tut sich was auf der seite auf der anderen seite hat auch china im bereich des dienstleistungssektors ganz schwache konjunkturdaten gebracht also es gibt es ist nicht alles gold was glänzt aber zumindest mal kurzfristig könnten wir hier an dieses hoch heraus heranlaufen im bereich 14 1600 zähler das wären um die zwei prozent im dax wie gesagt wir werden uns da mal darüber gedanken machen ob man hier ein neues long produkt empfiehlt werden sie mit sicherheit per e mail informiert zumindest mal die abonnenten unter uns das war's von meiner seit ich wünsche ihnen einen erfolgreichen handelstag machen sie es gut bis morgen